Guten Tag, leider keine so guten Nachrichten was Florian sagt und zwar er hat bei seiner Sendung jetzt gekündigt und wird diese sollte sich nicht einiges ändern nie wieder machen sagt er vor kurzem in einem Bericht einer Zeitung. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund natürlich wie er sagte wir leben in schwierigen Zeiten aber das ist nur das was er sagen musste in Wahrheit gibt es einen ganz großen und wichtigen Grund dass er den Schlagerboom nicht mehr machen will. Und zwar wurde ihm gesagt er solle in der Sendung auf eine ganz spezielle Künstlerin verzichten und zwar nicht wie wir alle denken etwa Helene Fischer nein ihm wurde mitgeteilt er solle Maite Kelly nicht mehr in die Sendung einladen und zwar aus dem Grund sie hat jetzt ein Kinderbuch herausgebracht und das wäre für eine Schlagersendung nicht mehr seriös und aus diesem Grund hat er gesagt er wird die Sendung nicht mehr machen sollte man sie nicht doch einladen. Ob man die Sache noch bereinigen kann steht außer Frage in der Zwischenzeit hat Florian die Sendung abgegeben mit seiner Kündigung wie er sagt.